Ja, da sind wir auch schon wieder zurück beim Hexer Teil Nummer 3. Und wir haben hier folgt ein Resort gemacht und sie möchte uns sagen, warum wir noch gebraucht werden. Wirklich? Für was? Willst du mich benutzen, so wie Detlef? Nein, ich hatte an etwas weitaus Unkomplizierteres gedacht. Gut, jetzt starr mich nicht so an. Ich brauche einen Mann, Geralt, und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Siehe es als letzten Wunsch. Deshalb war sie so nett. Ach, sollen sie doch mit mir machen, was sie will. Ja, cool. Äh, warum auch nicht, ne? Oh yeah, Rotkäppchen. Äh... Äh... Oh, oh, oh. Das ist zumindest mal was anderes. Wenn sich hier jetzt unsere Wege... Keine Abschiedsworte? Möchtest du mir etwas sagen? Nun, wahrscheinlich ist es so am besten. Du bist noch nie von einer Frau so behandelt worden, richtig? Nicht, dass ich wüsste, nein. Na, dann weißt du endlich, wie es vielen Frauen auf dieser Welt manchmal geht. Tja, ich hoffe, dass dieses Märchen gut ausgeht. Für dich und mich und alle. Das könnte von dir abhängen. Was soll das heißen? Nichts weiter. Noch nicht. Los, komm. Hier geht's zum Ausgang. Ich würde mich aber trotzdem vorher gerne noch umschauen, ob es hier noch interessante Sachen gibt. Ich meine, das ist eine Burg. Die ist groß. Oh. Da ist wieder so ein Irrlicht zum Beispiel. Noch ein Irrlicht. Oh. Da soll ich runter? Und jetzt? Und jetzt? Das ist interessant. Das ist jetzt quasi das Gegenstück zu ihm hier. Nur besser. Nur mal gerade vergleichen. Vom Schaden her. Boah. Ist natürlich brutal, ne? Ja. Für den Moment. Cool. Danke, liebes Irrlicht. Sehr verbunden. Hier kommen wir zurück. Hier kommen wir zurück. Also. Gut, ich glaube, das hätte man sonst noch nicht gefunden. Allein schon deshalb, weil Gerard nicht so der König ist, im nach unten schauen. Dafür kann er sich mit einer Kilo schweren Rüstung beliebig hochziehen. Das ist auch was Schönes. So, mal schauen, was es hier noch so Schönes gibt. Volle Sianer. Machen wir gleich. Hier sollten wir wohl lieber nicht runter oder hoch. Da scheint es nichts zu geben. Nichts lootbares. Ich meine, bitte, wenn wir schon mal hier sind, dann müssen wir uns das ja auch mal anschauen. Scheint aber weitgehend uninteressant zu sein. Springen in den Brunnen. Das ist also der Weg nach Hause. Das heißt, wir wollen erstmal überall anders hin, wo nicht der Brunnen ist. Beispielsweise hier hoch. Ich weiß gerade nicht, wie das Märchen heißt. Aber ich kenne es. Hier siehst du, Zaubergold. Dann haben wir doch zumindest noch was gefunden. Wenn ich jetzt hier runterspringe, sterbe ich wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Also, ja, Herr Esel ist gut. Ja, gut. Dann wird es das hier wahrscheinlich gewesen sein, behaupte ich jetzt einfach mal. Und wir springen in den Brunnen. Nur aus Neugier. Warum wolltest du das Herz von Toussaint? Und den herzoglichen Bein. Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das weißt du, oder? Ja. Aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Hier. Wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Ja, du zuerst. Klasse. Na dann. Ich speichere nochmal. Uh. Also jedes Mal, wenn die hier raus wollten. Gut, es gibt noch einen anderen Weg, der verschlossen ist. Aber jedes Mal, wenn die hier raus wollten, mussten die sonst Bohnen besorgen, die wachsen lassen, da hochklettern und dann in den Brunnen springen. Das klingt herausfordernd, sag ich mal. Alter. Wow. Wow. Portale im Springbrunnen? Nicht sehr praktisch. Es war ein Geheimgang. Anarietta und ich nahmen ihn um, um eurer Gouvernante zu entgehen. Zum Glück hat sie das aufgeschrieben. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo ich warten soll. Hat der tolle Funktion mit dem Umgehen, ne? Vergessen wir das. Will die junge Dame mithelfen, das Chaos zu beheben, das sie angerichtet hat? Sie will. Und hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Sie hat schon ein paar Falsen auch, ne? Soll ich dich lieber wie die manipulative Lügnerin behandeln, die du bist? Beruhigt euch. Beide. Aber... Kein Aber. Gehen wir. Ich will es wirklich hinter mich bringen. 근� Beide. Das ist wichtig. Sieben Punkte. Wow. Hinter, Berg und Tal. Also mal wieder Tascha Musna. Findet ihr? Ich meine es ist eine Ruine wie jede andere. Ach, wie fein fühle ich uns aufmerksam. Ich verstehe nicht, was Detlef in dir sieht. Vielleicht kann er es dir selber sagen. Steht zu befürchten, ja. Bist du nervös? Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja. Ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber... Was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss, aus. Kann ich vorher noch meine Rüstung wechseln? Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Naja. Sonst ziehen wir halt als strahlender Ritter in die Schlacht. Das ist auch okay. Nicht gut fürs Quennen. So viel steht man schon mal fest. Just noch mal fest. Okay. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Man, es war fachierend. Äh, was geht denn ab? Boah, jetzt eskalierter, jetzt eskalierter, das ist nicht gut. Äh, wenn du Götter hast, dann fang an zu gehen. Alter. Alter. Das ist doch nicht so gut. Ich habe mich nicht so gut. Oh, die Seuche am Start Alter Nein Wie soll ich denn an den rankommen? Da hat mich gerade eine gewisse Mechanik gerettet, ihr erinnert euch? Aber ich kann irgendwie gerade nie null gegen den machen, ne? Ich kann nur ausweichen, aber ich kann ihn ja nicht angreifen Boah, ich weich die ganze Zeit lang aus und er trifft mich trotzdem, ey, was ist das denn? Entschuldigung Entschuldigung Was ist denn denn hin? Boah, scheiße Verdrückt mich erst Alter Das finde ich halt Krass, ne? Okay, okay Oh, oh, ich glaube ich hätte schwarze Flügel angegen, ne? Wenn der erstmal die Halsschlag an der aufgerissen ist, dann mag ich kämpfen können, Spaß mir Da macht überhaupt nichts mehr Spaß Was zur Hölle Okay, also wir müssen irgendwie diese Nervenknoten oder was weiß ich jetzt nicht brauchen Okay, also wir müssen irgendwie diese Nervenknoten oder was weiß ich jetzt nicht brauchen Okay, also wir müssen die Nervenknoten oder was weiß ich nicht brauchen? Okay, also wir müssen die Nervenknoten oder was weiß ich nicht brauchen? Okay, also wir müssen die Nervenknoten oder was weiß ich genauer? Oh, nicht gut. Wo ist denn dieses Ding jetzt hin? Da. Okay, okay. Stop! Stop! Jawoll! Ach du Scheiße. Er ist schon wieder dabei, sich zu heilen. Er ist schon wieder dabei, sich zu heilen. Er ist schon wieder dabei. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Er ist schon wieder dabei, sich zu heilen. Er ist schon wieder dabei, sich zu heilen. Er ist schon wieder dabei. Okay. Das war heftig. Spätestens jetzt weiß man auch was dieses Viech war, was auf den allerersten Screenshots, unter anderem auch auf meinem geringfügig nachbearbeiteten ersten Thumbnail hier für die Serie zu sehen war. Sprich ich habe das Vieh da rausgeschnitten, war halt Geralt auf so einem Thron und ja, ein gewisses Wesen, das da von oben auf mir herunterschaut. Das war der Detlef in seiner Agroform. Krass. Ja, aber hier hat uns auch nur die neue Fähigkeit gerettet durch die Mutation. Was für ein umwerfendes Ensemble. Und wie gut es dir steht. Halt den Schnabel. Ich sehe wie ein Depp aus. Der Kaftan ist aus den besten Stoffen genäht, die man kriegen kann. Auf das sorgfältigste gearbeitet. Aber man braucht natürlich ein Minimum an Geschmack, um das zu würdigen. Auch der feinste Mantel vermag nur optische Defizite zu verdecken, keine kulturellen Mängel. Über Geschmacksfragen fange ich keinen Streit an. Das ist weder interessant noch produktiv. Dieser Hexer hier hat von Natur aus eine Abneigung gegen offizielle Anwässe. Binnen kurzem muss er eine solche Veranstaltung besuchen. Das dürfte der Grund für seine Gereiztheit sein. Bitte versuch es nicht persönlich zu nehmen, Meister Schneider. Er sollte dir leid tun, da er unter Lampenfieber leidet. Er schlottert, weil er keine Ahnung hat, wie man sich im Gegenwart der Herzogin beträgt. Schlotter? Wie auch immer dem sei, Toussans höchste Auszeichnung, der Orden von Vitis Vinifera, verlangt angemessene Garderobe. Man kann der Herzogin nicht verlangen, dass sie die Medaille auf eine schlammverprustete Rüstung packt. Palastprotokolle legen allerhöchsten Wert auf Tradition und Etikette. Eine Tradition, die das Äußere über alles stellt, die den schlöden Schein und deplatzierte Großzügigkeit verherrlicht. Das klingt aber sehnsüchtig und melancholisch, Regis. Weil du kein neues Gewand gekriegt hast? Wohl kaum. So klinge ich eben, wenn ich nachdenke. Ob du es glaubst oder nicht, das kommt öfter vor. Hehehe. Außerdem bedarf ich keines neuen Gewands, da ich der Zeremonie nicht beiwohnen werde. Wieso nicht? Weil ich dazu im Gegensatz zu dir nicht verpflichtet bin. Ich packe lieber meine Sachen. Du kommst sicher später zu mir, wenn du um eine Medaille und ein faszinierendes Erlebnis reicher bist. Verlass dich drauf. Zeremonien, Medaillen für Tugenden. Das reinste Dauerfeuer. Ich hatte auch keine Pause. Und mir geht die letzte Tugend nicht aus dem Kopf. Mit Gefühl. Dieses Puzzlestück passt irgendwie nicht rein. Du glaubst also plötzlich an die Fünftugendentheorie? Nach allem, was wir herausgefunden haben? Hier geht es nicht um Glauben, Aberglauben und Altweiberbeschwätz, sondern um Schlussfolgerungen und reine Logik. Sianna hatte alles geplant. Hätten wir sie nicht aufgehalten, dann hätte es ein fünftes Opfer gegeben. Eines, das mit Herzlosigkeit in Zusammenhang gestanden hätte. Aber ihre Pläne spielen jetzt keine Rolle mehr. Sie kann sie nicht mehr umsetzen. Der Bote mit meiner Einladung zur Zeremonie sagt, dass Sianna im Palast ist. Die Herzogin hat sich von den Höflingen nötigen lassen, sie in den Turm zu sperren. Willst du gar nicht wissen, wer noch auf ihrer schwarzen Liste stand? Wir haben noch etwas Zeit vor der Zeremonie. Wir könnten noch ein Wort mit dem Schuhputzerbengel wechseln. Er hat Detlef die Namen der Opfer gebracht. Ob wir was übersehen haben? Das ist eine Frage, die wir erst in der nächsten Folge werden klären können. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao, ciao.